Mensch, 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 was für eine Sendung war denn das wieder unglaublich lebhafte, bunt, farbenreich und mit unglaublich vielen Infos für dich. Ein Gespräch unter Freunden ist ein aufgezeichnetes Telefonat zwischen Florian und mir, deinem Jan Marco. Wir haben uns 16 Jahre aus den Augen verloren und telefonieren nun regelmäßig, um über die wichtigen Themen des Lebens zu sprechen. Erfahre, mit welchen Strategien du Abkürzungen in deinem Leben nehmen kannst, um deine Ziele noch schneller zu erreichen. Ja, und über was haben wir denn heute gesprochen, Florian? Verschwörung in Theorie und Praxis und was Referenzmodelle, Geopolitik und Lebenswirklichkeiten damit zu tun haben. Der Wahnsinn. Ja, da würde ich sagen, dann tun wir gleich hier schon mal einen Zündschlüssel in die Maschine und dann nehmen wir uns mal an. Wir nehmen uns mal an. Bis gleich. So, einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir mal wieder. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder diese Frau. Nein, es ist nicht eine Frau, es ist der Florian. Wir sind richtig gut gelaunt, ich weiß auch nicht. Richtig. Wir haben gerade eben darüber getalkt, ob Bohren eigentlich immer lange geht oder manchmal auch nicht so lange dauert. Genau. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Heute unser Thema Verschwörung in Theorie und Praxis. Und in Hamburg sagt man Moin Moin. Und ja, ja Marco, wie war die Woche bisher für dich? Die Woche war sensationell. Großartig. Also ich muss ja wirklich mal ganz ehrlich sagen, also erstmal nochmal großen Dank. Also ich bin dir ja sehr, sehr dankbar als quasi hier meine Eheweibes-Vertreterin. Also ich habe langsam das Gefühl, dass wir beide eine bessere Beziehung haben in vielerlei Hinsicht, außer in der Sexuellen. Genau. Aber es kann ja alles noch kommen. Da möchte ich eine dicke Klammer drum machen, ja. Ja, aber davon abgesehen, muss ich echt sagen, haben wir bald, glaube ich, eine bessere Beziehung als jede andere Beziehung, die sonst in meinem Leben vorkommt. Ja. Genau, also will ich an dieser Stelle auch jetzt auch im Namen meines Managements und so weiter und so fort dir nochmal herzliche Grüße übermitteln und du bekommst dann auch noch eine Sektflasche demnächst. Und ein Gruß auch von meinem Management an euch, ja, und auch danke für unsere Freundschaft, ja, Marco, die schon sich so sehr in Geld ausgerückt hat, dass ich es mir gar nicht mehr vorstellen kann. Ich glaube, das ist das, was uns so richtig... Ich habe noch nie eine Freundschaft so monetarisiert wie unsere Freundschaft. Ja, also es wäre sehr schön, wenn ich das auch von mir sagen könnte, aber das wäre gelogen einfach. Genau, aber ich bin ja der, der hier das Geld verdient, ne? Richtig. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, ich hätte die besten Verträge gemacht in meinem Management, wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Unser Thema heute, Verschwörung in Theorie und Praxis. Der Ritschi aus der Regie ist auch wieder heute mit am Start, winkt hier gerade fröhlich aus der Scheibe. Aus der Scheibe. Sehr, sehr gut. Du meinst nicht aus... Sondern hinter der Scheibe, ne? Ja, ja. Nicht aus der Scheibe. Ja, 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 aber es war so schön, wie du so angesetzt hast. Der winkt hier auch da hinten fröhlich aus der Scheibe. Wir haben nämlich eine Doppelverglasung hier im Regieraum. Und er steht quasi zwischen den beiden Gläsern, steht er. Genau. Also, der ist aber ganz klar. Ne, auf der anderen Seite ist ja das Management und es hat für den Tonmischer nicht mehr so viel Platz. Da war dann Platz. Als er das erfahren hat. Hatte den Vorteil, dass er dann gut zwischen die beiden Scheiben gepasst hat. Und wenn ihr mal ein Foto sehen wollt von Ritschi aus der Regie, der uns seit vielen, vielen Monaten schon durch die Sendung begleitet, könnt ihr auf ein Gespräch unter Freunden über diesen Podcast da draufklicken. Und da seht ihr auch ein Bild vom Ritschi aus der Regie. So ist es nämlich. Und ihr könnt dem Ritschi auch gerne mal was sponsern. Der kriegt zwar bei uns kostenlosen Kaffee. Hat der Ritschi eigentlich eine eigene Wunschliste bei uns? Ich glaube nicht. Also wir haben, also ich bin der Meinung, ich habe dir das schon mindestens fünfmal gesagt, immer so zwischendurch mal so hier in der Kaffeeküche, habe ich gesagt, du setzt doch einfach mal deine Wunschliste auch mit auf die Seite. Hat er, glaube ich, noch nicht gemacht. Müsste ich aber selber mal nachgucken. Kann sein, dass... Das müssen wir nochmal gucken. Das ist, da gehen wir nochmal in die Thematik rein. Naja, also wie gesagt, Ritschi aus der Regie ist da. Das Management sitzt auch schon dick und breit im Managerraum. Und wir sind bereit für ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Genau. Aber bevor wir so richtig durchstarten, haben wir natürlich wieder Top-Unterstützer. Die Top-Unterstützer. Genau. Da hätten wir diese Woche den Vito, die Danika, die Lisa, die Rebecca, den Marc, den Patrick, die Jacqueline, die Anela, die Steffi, die Jessica, den Tom, den Karls. Ersten, den Steffen, den Mike, den Sebastian, den Thomas, die Anja, Phil, Till, Barbara, Heike, Marco und Gerald. Wow. Und wenn du, jetzt haben wir nämlich einen neuen Hinweis, wenn du auch Top-Unterstützer werden willst, geh auf unsere Webseite, Eingespräch unter Freunden und klicke auf Unterstützen. Genau. Dort erfährst du alles weitere. Und wir heben jetzt ab, die Maschine ist für den Start bereit. Wir stehen auf der Startbahn Richtung Thema. Ich habe jetzt gerade die Start-Unterstützer bekommen vom Tower. Und ja, unser Thema heute Verschwörungen in Theorie und Praxis. Hallo, hallo. Ladies and gentlemen, online. Try to speak. You can't take off now in any minutes. There's no longer. Ah, ich höre gerade, dass wir noch Schwierigkeiten mit dem Starten haben. Da ist noch eine kleine Maschine vor uns. Well, it's not a passenger. Welcome on the board of 923. We can take off now in less than three seconds. Welcome aboard. Also, jetzt sehe ich, dass wir, jetzt werde ich mal nochmal eben Bescheid sagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen der Käpt'n hier. Wir haben jetzt eine Flughöhe in wenigen Minuten erreicht und fliegen von Berlin nach München. Wir haben nun eine Flughöhe in wenigen Minuten erreicht. Wir stehen zwar gerade auf der Startbahn, aber schon bald wird Flughöhe unser sein. We take over the Flughöhe. Ja, und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, wir haben jetzt gerade Skandal. Das ist so ein Antisanskandal. Viele Piloten schlafen ein im Flug, während des Flugs. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir nicht, wir sind beide Piloten, wir sind wach und starten jetzt in die Sendung Verschwörung und Theorie und Praxis. Ja, Marco, das hast du dir gewünscht? Das habe ich mir gewünscht. Das ist so dein Steckenpferd. Also zur Beruhigung möchte ich auch ganz kurz noch, genau, das ist absolut mein Steckenpferd, das ich auch sehr, sehr gerne reite, immer wieder mal, aber mit weniger Ernsthaftigkeit als früher. Ich will jetzt zur Beruhigung einfach nochmal der Passagiere sagen, wir werden auch tatsächlich die gesamte Stunde fit und wach bleiben. Genau. Danach können wir für nichts mehr garantieren, aber wahrscheinlich sind wir dann auch schon wohlbehalten auf der Wunschinsel unserer Träume angekommen. Was wäre denn eigentlich jetzt dein Wunschort, wo du jetzt mit mir hinfliegen würdest, Marco? Oh, jetzt gerade. Zusammen in der Sendung. Wo fliegen wir hin? Oh, wir fliegen hin. Lass uns doch mal nach Teneriffa fliegen. Hätte ich jetzt richtig, richtig gute Laune. Oh, ja, war ich auch schon einmal. Das ist schön dort. Ehrlich? Wobei, du hast ja ein bisschen eine steinige Küste, ne? Das ist richtig. Ah, ich bin mehr so der Fuerteventura-Fan. Hm. Oh. Hm. Ja, also das ist alles tatsächlich, das sind ferne Ufer, die ich mir jetzt noch erschließen werde. Aber es kann tatsächlich sein, dass es dieses Jahr noch Realität wird, dass ich mir die Kanarischen Inseln mal so ein bisschen angucken werde. Oh, vielleicht werden wir beide dann live von Fuerteventura aus unsere Sendung machen. Das wäre mir ein inneres Blumenpflücken. Das wäre für mich auch großartig. Ja. Mal endlich wie Tom Kaulis am Strand sitzen und Podcast aufnehmen. Und Liegestütze machen. Das ist ganz wichtig. Ja, genau. So. Genau. Alle weiteren Infos, die wir sonst jetzt noch nicht rausgehauen haben, werden wir entweder, wie versprochen, in der letzten Sendung wieder am Ende der Sendung dann noch nachreichen. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe noch so ein paar Sachen auf dem Notizzettel jetzt seit zwei Sendungen, glaube ich, die vielleicht irgendwann auch mal rausgehauen werden. So. Also ab ins Thema. Warum hat der ja Markus sich das gewünscht? Und zwar mache ich ja so regelmäßig immer mal wieder, wenn ich entweder in Sinnkrisen bin oder wenn ich einfach neugierig bin, so Umfragen. Sag mal, Leute, in meinem Umfeld, wie schätzt ihr mich so ein? Was könnte dann eigentlich so ein großes Thema sein? Und das vorletzte Mal, als ich diese Umfrage gemacht habe, guckte mich ein lieber Mitbewohner. Damals habe ich noch in der WG gewohnt. Da guckte mich so an und hat gesagt, ja, Marco, mach irgendwas mit Verschwörungstheorien. Da bist du immer voll und ganz drin. Das ist sowas, was dich umtreibt. Da steckt bestimmt auch Geld drin. Was ich auch bis heute glaube, dass da Geld drin steckt. Aber mittlerweile habe ich mich ja persönlich weiterentwickelt und sehe das alles mit mehr Augenzwinkern. einfach unter der Perspektive, weil ich sage, ja, ja, Verschwörung ist alles gut und schön. Aber was bringt denn das jetzt wirklich dem Einzelnen? Also wo ist jetzt wirklich der Mehrwert? Also ich weiß irgendwie, dass die Erde ein bisschen komisch manchmal tickt und manche Politiker irgendwie, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken? Aber sagen wir mal, nicht so ganz irgendwie der Wahrheit nachgehen. Oder in der Fall wurde es uns medial erzählt. Wir wissen das ja nicht, wir kennen die Leute ja nicht. Wir saßen ja noch nicht mit jemandem an einem Tisch. Und eine Meinung kann ich mir erst bilden, wenn ich mit jemandem an einem Tisch sitze. Und seine Essgewohnheiten sehe, mit ihm mal einen Plausch führe. Ja. Alles andere wird uns ja medial aufbereitet. Ja, wobei, also ich muss sagen, ich habe ja schon doch... Ja, es wird ja gesagt, was wir zu denken haben. Ich habe doch schon einige auch kennengelernt. Und es gibt ja auch Politiker zumindest, die ich auch jetzt vielleicht dem Moment nicht live erlebt habe. Aber die auch sich dazu schon geäußert haben, dass eben halt in der Politik nicht unbedingt alles so ganz ehrlich zugeht. Sie zählen sich meistens natürlich nicht so da direkt dazu. Aber wenn man so eine Quersumme mal draus zieht, dann ist das wohl so. Beziehungsweise es gibt auch manche, gerade die Amerikaner sind ja deutlich offener und ehrlicher. Und die sagen dann eben auch so, ja, also das ist einfach überhaupt gar nicht denkbar. Und wir können gar keine transparente Politik machen, weil das wird die Leute alle unnötig verunsichern. Genau. Wer war das? Wer hat das hier in Deutschland mal rausgehauen? Irgendwie, was ich... Das hat hier, ja genau, das ging um das Menschenbild. Das war unser Innenminister. Ja, und der hat dann auch irgendwie dann diesen großartigen Spruch rausgehauen, dass er irgendwie die Wahrheit nicht voll offenlegen könnte, weil Teile dieser Wahrheit eben die Menschen verunsichern würden. Genau. Genau. Es hängt ja immer mit dem Menschenbild zusammen, was das dann Menschen haben. Wir können das Volk den Menschen diese Information nicht geben, weil sie wüssten nichts damit anzufangen. Und sind ja alle in ihren Routinen gefangen. Und da muss ich ja nur ein bisschen wieder was reinhauen von der Seite. Und dann ist da auch wieder Ruhe. So ist es. Das Menschenbild. So absolut ist es. Genau. Aber trotzdem habe ich mich leidenschaftlich viel, viele Jahre damit auseinandergesetzt. Da möchte ich auch gleich mal den ersten Tipp raushauen, wenn ihr Bock habt auf Verschwörungstheorien, aber auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachtet. Dann ist mein Tipp ganz klar an dieser Stelle. Lest das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Oh ja. Oder hört euch das an. Ich habe das auch, glaube ich, irgendwann mir mal als Hörspiel besorgt. Und das war sehr, sehr cool gemacht. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Werde ich mir vielleicht auch bald mal wieder reinziehen. Ich will auch gar nicht zu viel spoilern. Was hat dir besonders gut gefallen daran? Ja, tatsächlich diese Augenzwinker-Perspektive, die ich lange Zeit vorher nicht hatte. Ich bin auch, als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Thematiken und sonst was zu befassen, bin ich auch gewarnt worden vom Kumpel. Er hat gesagt, ah, wenn du da reingehst, das hat schon einige einen Wahnsinn getrieben. Und genau damit setzt sich eigentlich sehr, sehr, sehr intelligent der Umberto Eco eben im Foucault'schen Pendel auseinander. Weil das geil ist, er holt dich erst mal ab. Du gerätst in so eine Verschwörungstheorien. Es wird immer ein bisschen obskurer. Es werden Geheimnisse aufgedeckt. Und ich will wirklich jetzt nicht so viel spoilern an dieser Stelle. Aber es wird auch immer Situationen geben, wo er das Ganze dann wieder in Frage stellt. Oder wo dann eben auch die eine Dame, die die beiden Herren, die da in diese Verschwörung hauptsächlich verwickelt sind, begleitet. Und das dann auch immer mit so einem Augenzwinkern und sagt so, ja, jetzt habt ihr diese alten Dokumente gefunden. Und lest da irgendwas raus. Und glaubt, dass da eben eine große Verschwörung hintersteckt. Es kann aber auch einfach sein, dass vor 400 Jahren irgendjemand einen ganz normalen Einkaufszettel verloren hat. Und deswegen stehen jetzt da diese Zahlen und irgendwas drauf. Und das ist halt geil. Das ist ein gutes Bild. Da steht drauf, noch ein Liter Milch und 250 Gramm Mehl mitbringen. Ja, ganz so steht es natürlich halt nicht. Aber sie leitet das natürlich dann eben auch her und reibt ihnen das halt unter die Nase. Und es geht so in beide Richtungen. Es ist großartig. Umberto Eco ist ja ein großartiger Schriftsteller, hat viele tolle Sachen, unter anderem Namen der Rose und sowas geschrieben. Und ich muss gerade überlegen, was ich sonst noch von ihm parat habe. Ich habe bestimmt noch mindestens ein weiteres Buch von ihm auch genossen. Ich glaube, die Säulen der Erde sind auch von ihm, kann es sein? Bei Anruf Erfolg. Ach nee, das war Umberto Sachser. Das ist aber auch ein sehr gutes Buch. Das ist ja quasi ein Standardwerk. Das beste Buch. Bei Anruf Erfolg. Das ist das einer der besten Bücher. Und das geilste Buch, was ich daran gelernt habe, war Grundsätzlich. Weißt du, wie geil das ist? Herr Gessinger, sind wir uns da grundsätzlich einig? Dieses Buch habe ich tatsächlich geschenkt bekommen von dem gleichen Typ, der mich damals von den Verschwörungstheorien gewarnt hat. Das ist echt lustig eigentlich, der Zusammenhang. Hammer. Ja, genau. Und auch mit wärmsten Empfehlungen von, ach, wie heißt er hier gleich wieder? Ja, von Mehmet Göker. Genau, danke. Du kannst meine Gedanken lesen. Wir sind echt ein unglaubliches Ehepaar. Genau, Mehmet Göker. Auch mit wärmsten Empfehlungen. Da hat er gestanden, dass er viel aus diesem Buch gelernt hat für seine weitere Karriere. Gut. Das war jetzt aber an dieser Stelle einfach mal kurz die Einleitung. Wie kam es dazu? Warum habe ich mir dieses Thema gewünscht? Abschließend möchte ich dazu noch sagen... Und bevor wir da jetzt reingehen, Jan-Marco, ganz kurz. Ein Song, oder? Bevor wir da jetzt reingehen, winkt der Ritchie nämlich schon. Aha, ich habe einen. Das ist leider auch unabwendbar. Ich habe einen schönen Riss. Das müssen wir mal den ersten Song machen. Ja, schlagen wir mal das vor. Der erste Song heute ist Heinz-Rudolf-Kunze. Nein, schon verloren. Und das Lied heißt Die Verschwörung der Idioten. Nein, das müssen wir als zweites spielen. Ja, das müssen wir als erstes spielen? Ja, als erstes müssen wir natürlich den X-Files-Team-Song spielen, weil du kannst in so einer Verschwörungssendung eigentlich gar nicht anders starten. Doch, stimmt. Hast recht. Ja, also deswegen ausnahmsweise. Ansonsten würde ich mich ja jetzt nicht gegen deine Musik wünschen. Aber wir spielen es als zweites natürlich. Aber als erstes jetzt erst mal den guten klassischen Bis gleich. Stimmt, bis gleich. So, da sind wir wieder prächtig eingestimmt. Aber lange ist her, Mensch. Hier Akte X, das ist ja richtig lange her. Wahnsinn. Ja, es ist noch schön in 4 zu 3 gedreht. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Wenn das jungen Leuten erzählt, dass es früher mal Serien und sowas gab, die man sich angeguckt hat, die in 4 zu 3 gedreht waren. Wo es links und rechts jetzt den schwarzen Rand gibt. Könnten wir eigentlich verlinken. Schreibe ich mir auch gerade mal auf. Weil mir ist nämlich aufgefallen, wenn du Amazon Prime Kunde bist, dann kannst du ja dann eine ganze Menge Zeug auch kostenlos gucken. Und ich glaube, die haben komplett die ganzen, ich glaube sogar selbst die neuen, aber zumindest alle alten X-Files folgen, kannst du jetzt dann kostenfrei da gucken. Und da habe ich schon einige Leute mit diesen Informationen glücklich gemacht. Und vielleicht ist ja auch, jetzt hätte ich fast X-Files geschrieben. Wieder mal einen Tag verschenkt an das Fernsehen, an die Serie. Ja, also locker. Also ich glaube, mit X-Files, da gibt es ja so viele Staffeln, da kannst du so einige Tage verschenken. Das erinnert mich eigentlich auch an diesen Bösen Onkels Song. Der ist wahrscheinlich genau deswegen geschrieben worden auch mal wieder. Genau. Mal einen Tag verschenken. Genau. Das haben sie wahrscheinlich dann immer gesungen, nachdem sie wieder irgendwie eine Staffel X-Files geguckt haben. Nee, ich hatte das früher auf meiner SD-Karte in meinem Badradio. Mhm. Da habe ich einen Kumpel zum Besuch gehabt und dann macht der das an, da geht so, Flo, du bist echt hart drauf, wenn du dir morgens früh schon reindrehst, wieder mal einen Tag verschenkt. Das stimmt, das war es dran. Ja. Aber das war auch zu der Zeit so. Ja, du, aber ich glaube, man konnte das auch vieles in der Jugend mit mehr Lustigkeit sehen. Das ist manchmal so mein Eindruck. Also da war echt viel, viel, viel deprimierendes Zeug auch dabei. Ich weiß, das ist mir sehr, wird mir ja wahrscheinlich auch bis ans Ende aller Tage hängenbleiben, als dann irgendwie mein Chef mal reinguckte und so auf meinen zwei Monitorsystemen guckte und dann auf, damals habe ich mit Winamp irgendwie viel Musik gehört und so, was hörst du da wieder irgendwie und dann lief da irgendwie gerade Nobody Loves Me oder sonst was. Wir kommen ja beide aus der EDV-Richtung, ne? Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich so. Ja, ich bin auch Informatiker. Ja. Deswegen, wir sind beides, das ist ein uns, wir sind beide im Grunde Informatiker. Ja, wir haben aber unglaublich vieles auch gemeinsam und ich glaube, deswegen funktioniert auch unsere Ehe so unglaublich gut, weil wir eben so viel Gemeinsamkeiten haben, weil es ist ja ein Riesentruckschluss, weil viele glauben ja immer, also wir werden das ja irgendwann in unseren Dating-Sendungen dann irgendwann mal, aber viele glauben ja wirklich immer, Gegensätze ziehen sich an und so weiter und so fort. Nein, gleich und gleich gesellt sich gern. Würde ich auch unterschreiben, ja. Und wenn überhaupt, dann liegt die Wahrheit maximal in der Mitte. Ne, also eher noch weniger. Ne, ne, es ist schon gleich und gleich gesellt sich gern und dann brauchst du aber immer ausreichend so ein Quäntchen Disparität, damit es spannend bleibt. Weil wenn du so ganz gleich bist, genau, also da haben wir das Thema auch schon abgehakt. Brauchen wir eigentlich gar keine Sendung mehr drüber machen. Das ist super, was wir heute alles hier durchkriegen. So, jetzt noch ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich, deep-diven in das Thema hinein. Die 23, für die, die es noch nicht wissen, ist eine der ganz großen Schlagzahlen, weil es angeblich die Zahl der Illuminaten oder das eins der Kennungszeichen der Illuminaten ist. Gibt auch noch ein paar andere wichtige Zahlen. Welche denn? Es gibt die 5, weil es die Quersumme aus 23 ist und es gibt die 33, weil es angeblich aufgrund von irgendwelchen, wie auch immer, gehobenen Geheimnissen wohl 33 Ebenen bei den Illuminaten gibt. Also das, also da können wir, da darfst du mir gerne gleich noch Fragen zu stellen. Aber auf jeden Fall. 33 Ebenen? Mhm, genau. Okay. Also das ist wie so eine Pyramiden-Hierarchie quasi aufgebaut. Kann ich dir gerne gleich auch ganz viel, also du kannst mich jetzt löchern, den Rest der Sendung, da können wir in sämtliche Themen. Ich wollte jetzt nur noch ganz kurz erklären, warum jetzt diese Sendung, die 23, und warum wir jetzt alle noch unseren Redaktionsplan sogar umgeworfen haben. Auf jeden Fall ist eine dieser wichtigen Zahlen. Das Management war nicht begeistert, ne? Kann ich schon sagen. Wer? Dass du einfach kurzfristig hier die Reaktionsplanung hast. Nee, die waren alle nicht. Das Management war nicht begeistert. Ritchie war auch fertig mit den Nerven. Der hat dann auch gesagt, irgendwie kann ich nicht irgendwie einen Vertreter schicken, irgendwie hab ich gar keinen Bock, wenn ihr jetzt da... Du, aber man lebt halt manchmal auch gefährlich. Aber wir beziehen es durch, jetzt sind wir eben mittendrin. Ja, genau. Kann sogar sein, dass ich am Ende die Folge sogar ausnahmsweise mal selbst schneiden muss. Aber... Selbst schneiden muss, genau. Nee, aber ich muss sagen, für diese Folge mach ich echt gern, weil bis jetzt macht die mir echt riesen Spaß. Wir sind gut drauf. So, also 23 auf jeden Fall halt eine der ganz, ganz wichtigen Zahlen für die Verschwörungstheoretiker, weil es angeblich eben halt die Zahl der Illuminaten ist, wo die eben halt sich irgendwie dran wiedererkennen oder zu erkennen geben und so weiter und so fort. Und ich hatte eben halt irgendwann so in meinen frühen Jahren des Erwachsenwerdens hatte ich eben halt viel Spaß an Verschwörungstheorien und ein paar von meinen Kumpels auch. Und wir haben uns tatsächlich sogar zum 23. Geburtstag, den habe ich mit einem Kumpel damals zusammen gefeiert, haben wir uns 23-Dollar-Scheine drucken lassen und zwar in rauer Menge. Das ist auch toll, dass wir dafür noch nicht mal in den Knast gegangen sind. Und da haben wir tatsächlich dann in so einer WG im riesen Partykeller und sonst was damals gewohnt und haben da eine riesen 23, Illuminaten 23. Geburtstagsparty gefeiert. Und deswegen habe ich jetzt natürlich noch mehr Verbindung zu dieser 23. und deswegen habe ich gesagt, die 23. Sendung, weil ich es nie schaffe, am 23.05. sage ich eigentlich, jedes Mal müsste eigentlich Illuminati Day sein, weil da hast du ja die 5 und die 23 halt drin. Und das habe ich aber leider auch noch über all die Jahre nie geschafft, dann irgendwie mal so eine lustige Motto-Party oder irgend sowas halt zu schmeißen zu dem Thema. Da habe ich gesagt, wenigstens jetzt bei unserem Podcast muss die Folge 23 eben die Verschwörungstheoretiker-Folge sein. Und zum Glück hast wenigstens du mir nicht widersprochen. Alle anderen waren ja dagegen, haben gesagt, Leute könnt ihr nicht machen, viel zu subversiv, passt überhaupt gar nicht in das neue Spektrum rein und haben wir auch eh keinen Bock drauf, dass du jetzt hier spontan nochmal unseren Sendeplanung schmeißt. Und wir kriegen keine Werbung reingeschaltet, ne? Wir wollen keine Werbung schalten in die Sendung. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Das ist vielleicht auch sogar so gewollt am Ende des Tages. Das ist ja, wir haben noch nie Werbung drin gehabt und das bleibt auch so, ne? Da sind wir auch ganz stolz drauf. Ja, also bis jetzt. Wir machen ja nicht, ich halte es ja immer dann nach Florian Eckert, dass weder ich mir selbst noch jemand anders noch die Herren von der Opposition mir eines Tages verbieten können, das auch, genau, sag du es. Der Satz ging so, es kann mir keiner verbieten, auch nicht die Herren von der Opposition in einem Jahr glüger geworden zu sein. Richtig. Oder es kann sein, dass es eines Tages vielleicht irgendwann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Werbung geben wird, aber zu dem Zeitpunkt jetzt ist es eben nicht so und wir sind da stolz drauf und wir finden das sehr, sehr cool und hoffen, dass wir mit eurer Unterstützung das auch weiter so halten können. Denn dieser Podcast ist crowdfinanziert mit eurer Unterstützung, ne? Und deswegen gibt es uns überhaupt. Genau. Uns wird es nämlich sonst auch nicht geben. Ne. Das ist eine Erfindung Das ist eine Erfindung unserer Unterstützer. Genau. Die haben uns nämlich irgendwann Selbst die Haarfarbe haben sie auch. In einer Vollmondnacht haben sie uns nämlich aus Ton geformt und dann mit einem Blitz zum Leben erweckt. Und gesagt, ihr sollt, ihr sollt unsere Podcaster sein. Genau. Ihr sollt eigentlich Sprechen unter Freunden sein. Mhm. So. Lieber Florian. Wir haben angekommen beim Oberto Eco pharodäische Pendel. Foucaultische Pendel. Genau. Ne, da waren wir zwischendurch mal. Also das war mein erster Tipp, den ich rausgehauen habe, weil ich das einfach empfehlen würde. Ich will da auch nicht zu viel spoilern. Was soll ich da jetzt viel drüber erzählen? Ich habe schon viel zu viel drüber erzählt. Macht das mal ruhig. Wenn ihr euch ein bisschen intelligent unterhalten wollt, aber gleichzeitig auch einfach Spaß an solchen Sachen. Das ist einfach ein sehr, sehr cooles Einstiegswerk und jetzt nicht so klassisch. Der andere Klassiker wäre natürlich, dass ihr euch irgendwelche Verschwörungstheoretiker-Blogs oder YouTube-Videos reinzieht. Da gibt es wirklich unendlich viele. Da werde ich auch keine jetzt direkt empfehlen. Aber wenn ihr Bock habt, mal so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken beziehungsweise kritisch Dinge zu durchleuchten, dann würde ich euch schon empfehlen, gibt es auch mittlerweile kostenfrei auf YouTube oder vielleicht seit eigener Zeit sogar, hat jemand kostenfrei komplett auf Deutsch übersetzt, nämlich eigentlich englischsprachige Movies. Es gibt drei Stück von und zwar nennt sich das auch auf Englisch Zeitgeist und da gibt es den Teil, muss ich gerade gucken, genau, also erst mal Zeitgeist the Movie war der erste Teil. Der ist dann so dermaßen populär und durch die Decke geschossen, dass es dann noch einen zweiten Teil ein Jahr später gab, Adudendum nennt er sich, also quasi der Anhang, wo sie quasi dann bestimmte Themen, die sie noch nicht so tief behandelt haben, eben noch dran gehängt haben und dann gibt es tatsächlich dann, ich glaube drei Jahre später kam der dann nochmal, Moving Forward und da geht es tatsächlich, ja jetzt haben wir alles rausgeknuspert, was alles verkehrt läuft in der Welt und es wird alles durchleuchtet, es werden Religionen durchleuchtet, natürlich insbesondere die christliche, weil wir ja da stark geprägt sind. Es wird aber auch das Geldsystem, das politische System, es wird alles einfach bis aufs tiefste Mal durchleuchtet und vielleicht auch ein bisschen alternativ zurechtgerückt und bei Moving Forward geht es dann eben halt nochmal stärker darum, Mensch, was können wir eigentlich machen? Also wir können euch jetzt ja nicht irgendwie hilflos und verzweifelt da stehen lassen, sondern was kann man eigentlich machen oder wie könnte die Welt irgendwie anders oder besser sein? Die drei Filme würde ich auf jeden Fall empfehlen, könnt ihr kostenlos gucken und sind auch jetzt schon in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr auf eigensprich-oder-freunden.de So ist es, genau, genau. Oder wenn ihr es gerne ein bisschen kürzer mögt auf eguf.li-podcast und da findet ihr dann unter den entsprechenden Folgen eben unsere Informationen zu den einzelnen Folgen. Und genau, also das wäre auf jeden Fall schon eine Empfehlung, das könnte doch dem einen oder anderen Augen öffnen, weil da will ich auch nicht zu viel spoilern. Ist ein bisschen komisch aufgemacht, gerade so der erste Teil, weil dann erstmal irgendwie ziemlich lang irgendwie Musik und so ein Filmzusammenschnitt kommt, wo ich ganz ehrlich sage, der darf auch gerne übersprungen werden. Aber den Rest durchaus mal gucken. Das lohnt sich durchaus. Und wenn ihr ansonsten mit Umberto Eco nicht so richtig gut klarkommt, entweder weil es euch zu aufwendiger Schreibstil ist oder das Buch zu dick ist oder was auch immer. Dann kann ich euch noch den Illuminatus empfehlen. Das ist eine Triologie von Robert L. Wilson. Der hat schon auch noch ganz andere Menschen in Wahnsinn getrieben und macht wohl ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe das jetzt leider nicht. Ich habe gedacht, Mensch, das müsste es doch vielleicht irgendwie geben oder das da zufälligerweise, weil heutzutage wird ja irgendwie immer irgendwo was mitgefilmt und so. Aber auf jeden Fall, der war Schriftsteller. Ich bin jetzt noch nicht in die Tiefe seiner Historie und seiner Lebensgeschichte reingegangen, aber der so einiges zu Verschwörungstheorien und alternativen Sachen eben geschrieben hat. Und der macht aber auch Vorlesungen und Veranstaltungen. Und da hat mir abgefahrenerweise letzt irgendwann mal jemand erzählt, der war sogar live auf so einer Veranstaltung vom Robert L. Wilson. Und irgendwann hätten ganz viele Menschen den Eindruck gehabt, dass der nach einer Weile so in der Luft über der Bühne geschwebt hätte. Total abgefahren. Also wo er gesagt hat, ich werde jetzt gerade irgendwie bekloppt oder irgendwie hypnotisiert oder hat irgendwie Drogen in die Getränke gemacht, keine Ahnung. Und dann hat er sich mit anderen unterhalten und es ging nicht allen so, aber einige hatten irgendwann so im Laufe der Veranstaltung plötzlich den Eindruck, dass der irgendwie so geschwebt wäre. Also sehr, sehr spannender Typ auf jeden Fall. Und genau. Und die Immunasus-Triologie habe ich nur den ersten Teil gelesen, das Auge der Pyramide ist auch schon einige Jahre her, ist aber sehr, sehr spaßig. Und wie gesagt, auch da Disclaimer von mir, nehmt es nicht zu ernst, weil das kann nach hinten losgehen. Aber wenn man es nicht zu ernst nimmt, dann macht es auch jede Menge Spaß. Und da gibt es eben das Auge der Pyramide, der goldene Apfel und der dritte Teil heißt Levitan. Habe ich euch auch mal verlinkt. Genau. Ja, habe ich euch verlinkt, weil es gibt nämlich jetzt auch alle drei Teile in einem Buch zusammengefasst. Ja, ich finde das Interessante bei diesem Thema Verschwörung in Theorie und Praxis ist für mich einfach, der Zugang für mich zu dem Thema ist einfach, dass ich immer nach anderen Modellen suche. Wir haben ja im Grunde ein Modell, was uns vorgegeben wird. Ja, wir werden geboren, wir gehen in den Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Abitur, Studium, Arbeiten, Haus bauen, Kinder kriegen, Kombi kaufen, Haus bauen, alt werden, sterben. So, das ist das Modell. Und da ich immer nach anderen Modellen ausschaue, also immer schon gesucht habe, es gibt dieses eine Modell, ja, gibt es auch noch andere Modelle. Finde ich, ist da einfach interessant, dass das Thema Verschwörungstheorie einfach ein bisschen den Geist öffnet, dass es auch noch andere Modelle gibt. So war jedenfalls mein Zugang dazu. Ah, das ist sehr, sehr spannend. Es gibt auch andere Modelle. Also mir fällt dir in dem Kontext... Oder andere Wahrheiten oder andere Lebensmodelle, wie man das auch nennen mag. Das war so mein Zugang dazu. Ja, spannend. Also es fällt mir in dem Kontext gerade auf, ich hätte dich ja auch einfach mal einfach fragen können, so am Anfang der Sendung, wie du eigentlich dazu stehst oder... Hättest du, hast du nicht. Genau, ja, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist echt spannend. Nee, aber wirklich, ich finde es interessant, weil ich immer gesucht habe, gibt es ein anderes Modell zu dem, was mir erzählt wird? Mhm. Gibt es eine andere Wahrheit? Gibt es ein anderes... Also einfach ganz wertfrei. Ja, total spannend. Und dann über die Meme von Frau Dr. Birkbiel dann im Grunde über die Meme dann... Die hat sie aber auch nicht erfunden. Also sie hat das nur zusammengefasst. Nein, nein, die hat sie nicht erfunden. Ich weiß, hast du erzählt. Aber nur etwas über die Meme dann, Gedankenanheiten. Dann überlegt, okay, wenn das so ist, wie ist das denn so? Das war immer mein Zugang zu dem Thema. Und wie kann man denn andere Lebenswirklichkeiten bauen? Ja, was heißt, es geht jetzt ja nicht nur ums Bauen, sondern sie könnten ja auch tatsächlich realistisch irgendwie da sein. Oder was ich jetzt festgestellt habe, auch durch meinen Reisen und den vielen Austausch mit Menschen, dass es eben halt schon viele alternative Modelle gibt, man sie aber einfach so ohne weiteres nicht kennt. Beziehungsweise, was mir auch krasserweise aufgefallen ist, dass ich mir ganz viele Sachen einfach nicht vorstellen konnte. Obwohl ich sie, ich konnte sie denken. Ich konnte mir überlegen, Mensch, könnte doch irgendwie auch so und so sein oder man könnte mehr so ein Hippie-Leben führen oder man könnte auch dies und man könnte auch das und man könnte jenes ändern und man könnte mit mehreren Frauen zusammenleben und weiß nicht, was alles so im Laufe meines Lebens alles mal so aufgekommen ist an Ideen. Aber ich konnte mir dann im Endeffekt selber es nicht zugestehen oder es auch nicht nicht vorstellen, es wirklich zu tun, weil es keine Referenzmodelle in meinem Umfeld, in meinem Leben dafür gab. Richtig. Und ich diesen Zugang gar nicht gefunden habe. Genau, es gibt kein Referenzmodell, genau. Und das stelle ich halt im Kontext von Verschwörungsgeschichten. Ich möchte ja Theorien zunehmend vermeiden, aber ich habe jetzt auch gar nicht, also ich finde es mittlerweile auch ganz lustig, dass immer Verschwörungstheorien ist natürlich ein reiner Propaganda-Begriff. Genau. Also das kann man vielleicht an der Stelle... Ist von der FBI mal entwickelt worden für den Kennedy-Mord damals, da ist der Begriff das erste Mal entstanden. Genau, das ist ja aufgekommen, genau. Weil man natürlich das nicht wollte, also die Offizielle war das einfach nicht gewünscht, dass da irgendjemand nachforscht oder hinterfragt, ob der jetzt dadurch irgend so ein Attentäter zu Tode gekommen ist und so weiter und was da jetzt dahinter gesteckt haben könnte. Und dann hat man das zum ersten Mal tatsächlich Verschwörungstheorie genannt und seitdem hat sich dieser Begriff hartnäckig eben gehalten und meines Erachtens ein reiner Propaganda-Begriff, weil dieses Theorie immer mit in die Betrachtung stellt, es ist ja nur eine Theorie. Es ist keine Tatsache. Und mittlerweile ist ja auch der so schön in diese Konnotation gekommen, dass man auch immer Leuten, die Verschwörungstheoretikern so ein bisschen so eine Verrücktheit und Schwachsinnigkeit mit unterstellt. Also das sind irgendwelche Spinner, die sich da irgendwie was zusammenreiben, aber das ist natürlich auf gar keinen Fall so. Oder kann gar nicht so sein. Und das ist schon eben auch sehr gewollt, damit eben halt die Leitmedien oder die Leitmeinungen, die wir vorgegeben kriegen, eben auch nie wirklich in Frage gestellt werden können, sondern das ist halt maximal so ein Hobby, mit dem man sich da mal ein bisschen die Freizeit vertreibt und sich bespaßt, aber da ist halt nichts dahinter. Genau. Ja Marco, wie ist nochmal dieser tolle Film mit den anderen Lebenskonzepten, den ich dir auch mal geschickt habe, wo man auch dann andere Lebensmodelle gezeigt hat, wo die auf diese einen Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich komme gerade auch nicht auf den Titel. Ich weiß genau, was du meinst. Die Ölbohrinsel. Weißt du auch nicht mehr, ne? Das müssen wir mal raussuchen. Das war total super. Das war nämlich ein Film, der einfach mal sechs verschiedene andere Lebensmodelle gezeigt hat und da haben einmal Menschen auf einer Ölbohrinsel gelebt, in der Nähe von England und weitere Gruppen und der Begriff Sekte ist ja auch immer so ein bisschen ein Begriff, der glaube ich auch einfach nur heißt im Grunde die anderen oder so. Der eigentlich ist auch eher ein Kampfbegriff inzwischen, dass alles, was eine Sekte ist, ist eigentlich was Schlechtes, aber eigentlich ist es nur eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwas anderes glaubt und das wird halt dann erklärt in diesen ganzen Varianten, dass zum Beispiel auch eine gibt es in Norditalien, die leben dann immer mehr so ein bisschen im Wald und so. Das ist total spannend, dieser Film, der einfach mal so sechs, sieben andere Lebenswirklichkeiten aufzeigt. Wie leben andere Menschen in anderen Konzepten auf dieser Welt? Und das ist halt echt super wichtig. Fernab von unserem Referenzmodell, ne? Ja. Genau, also das ist ganz komisch, dass wir jetzt gar nicht, werden wir aber auf jeden Fall raussuchen. Was mit World, glaube ich, ne? Äh, glaube ich, was mit Welt. Ich muss da auch nochmal nachgucken, ja. Ja. Ja, ja, ja. Genau, aber auf jeden Fall, also es ist echt super wichtig, und für mich unglaublich hilfreich gewesen oder auch das dann einfach zu erleben, dass das Menschen tatsächlich unter anderen Bedingungen auch ganz anders auch zusammenleben, ganz anders miteinander umgehen, auch eine andere Wertschätzung füreinander entwickeln können, ob man das jetzt wirklich... Andere Dinge wichtig sind. Andere Dinge wichtig sind. Und natürlich kann man immer dann auch so ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich jetzt tatsächlich immer auch für eine Gesellschaft auch so zu übertragen ist oder ob das wirklich immer nur in so kleinen abgeschlossenen Kommunen oder Sekten oder was auch immer halt ihm möglich ist. Fand ich jetzt auch ganz spannend. Habe ich jetzt von so einem Libertären gerade gehört. Mir fällt der Name gerade nicht ein, der ist aber auch relativ bekannt in der Szene. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann werdet ihr das auch rausfinden. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich ihn so wirklich toll finde. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das jetzt einfach so direkt weiter verlinken will, was er da halt so macht. Aber der kommt aus dem Journalismus, hat sich da irgendwie draus dann immer weiter entfernt und sucht eben halt für sich auch alternative Modelle, was ich soweit extrem gut nachvollziehen kann und auch spannend finde. Nur ob seine Lösungsansätze und Inhalte, die er jetzt so kreiert, wirklich so die richtigen und so gangbar sind, das muss ich mir nochmal in der Nähe angucken. Was ich aber zu ihm erzählen wollte, den habe ich letztens in einem Interview gesehen und da hat er eben erzählt, dass er jetzt in die Philippinen eben halt umsiedelt. Step by Step hat natürlich zum einen den Grund, dass er da halt natürlich viel günstiger einen guten Lebensstandard halten kann als hier in Deutschland. Hat aber zum anderen eben auch den Grund, dass es da eben also auch ein libertäres Wohnprojekt gibt, dass ein Freund von ihm eben ins Leben gerufen hat und dass die da natürlich abgeschlossen auf so einer Insel, also das ist jetzt noch nicht mal direkt auf dem Festland, haben sie so eine Insel für sich, also nicht komplett, aber eben halt so einen Bereich eben sich da irgendwie gekauft oder vom Staat irgendwie zusichern lassen und da können die jetzt eben halt ihr Projekt machen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass vieles, was die da sich jetzt so da zusammen erfinden und da ausprobieren, dass das aber nie auf Gesellschaft so eins zu eins übertragbar wäre, sondern das funktioniert eben genau deswegen, weil da auch nur Leute hinkommen, die sich a, schon mal für das Thema interessieren und b, dann auch immer noch durch den Filter gehen, dass sie auch von den anderen zugelassen werden müssen. Richtig und das Entscheidende ist ja Marco, das weiß man ja auch immer in der Gruppendynamik, ich glaube alles größer als sechs Personen bedeutet, es doppeln sich die Charaktere. Das kann sehr gut sein. Was dann zum Problem führt. Du hast dann zwei Alpha-Rüden, du hast dann zwei, also es doppeln sich einfach die Charaktere und das führt immer zu Stress, also alles glaube ich über eine Personen, über eine Personenmenge von sechs Personen, die sich selber ausgewählt haben, geht das noch, weil es wird immer das fehlende Element noch gesucht. Wenn man dann eine siebte Person dazunehmen würde, dann würde sich eins der Charaktere doppeln. Und dabei entsteht ein Konflikt. Ja, wobei ich glaube, es gibt schon gewisse Charaktere, die kompatibler sind und es gibt halt Charaktere, die es halt weniger sind und wenn du halt einen so ganz bewussten Filter eben halt durchläufst, dann gibt es auch einen ganz spannenden Ansatz, den ich jetzt gerade vom lieben Manuel González in seinem, der hat jetzt gerade irgendwie so eine Veranstaltung gemacht, irgendwie weiß ich nicht, raus aus der Box oder irgend so was oder Out of the Box oder irgendwas, egal. Wo er dann eben viele jungen Leuten beibringt, wie Unternehmertum heutzutage eben so. Hat er das eigentlich jetzt vollgekriegt oder hat das funktioniert? Das sah ganz gut aus, also er hat das meiste sogar live gestreamt, was mich sehr auch überrascht hat, also das habe ich so noch selten erlebt von so Veranstaltungen. Ich glaube, er hat es dann immer irgendwann abgebrochen und die anderen, also vor allen Dingen auch nur seine Beiträge, die anderen Speaker, also ich glaube, Dirk Kreuter war da und noch so ein paar andere größere Leute, das hat mich schon überrascht, also ich glaube, die wären vielleicht auch nicht dabei gewesen, wenn das jetzt nicht so gut besucht gewesen wäre, weil die das auch nicht nötig haben, aber egal, aber auf jeden Fall seine Beiträge hat er zu gewissen Teilen live gestreamt, findest du auch jetzt in YouTube, wenn dich das interessiert, könnten wir, weil wir es jetzt erwähnt haben, auch mal verlinken, warum nicht? Manu wird sich sicherlich freuen. Kennst du ihn? Noch nicht persönlich, aber das wird sich sicherlich in baldiger Zeit ändern und also der macht schon ganz, ganz, ganz spannende Sachen teilweise und einer von diesen Beiträgen, da hat er eben halt auch über die Persönlichkeitstypen gesprochen und das war auch so eine Sache, die habe ich zwar schon lange irgendwie gewusst und da gibt es ja auch unterschiedlichste Modelle, also das muss man auch mal dazu sagen, da gibt es das Disk-Modell und da gibt es, ist egal, will ich jetzt gar nicht einsteigen, ist jetzt auch überhaupt eigentlich gar nicht Thema, diese Sendung, da können wir gerne auch nochmal eine Sendung zu machen, auf jeden Fall gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen, ich glaube, soweit gehen alle mit und können das auch nachvollziehen, es gibt halt Leute, die mehr Wert zum Beispiel auf Kommunikation und Mitmenschen legen, es gibt Leute, die wollen immer ganz genau und sind sehr, sehr faktengetrieben, dann gibt es Menschen, die wollen immer gern Führung übernehmen oder sind auch stark von sich selbst überzeugt und eben aber auch sehr aggressiv in ihrem Verhalten, dass sie eben ihre eigenen Forderungen und Vorstellungen eben halt auch durchsetzen und dass sie auch recht behalten zum Beispiel und dann gibt es eben noch diejenigen, die tendenziell immer so kreativ sind, die gerne über Tellerrand hinaus gucken, gerne was Neues schöpfen und das gibt es in zig verschiedenen, also das war jetzt mal das Disk-Modell vorgestellt und das gibt es aber natürlich in zig anderen Fassungen auch noch, wo die Leute dann nochmal anders unterschieden werden oder wo dann eben auch noch mehr in die Tiefe geguckt wird, es gibt Modelle mit 27 verschiedenen Charakteren, jetzt huste ich mal kurz, dann gibt es eben jetzt so ein Modell, was der Manuel vorgestellt hat, das sind auch wieder vier, aber tendenziell schon so verschiedene Unternehmertypen, also da geht es jetzt eben halt, das ist halt schon wieder spezieller, das geht ja eben da halt dann jetzt nicht um alle Menschen primär, sondern eben halt um verschiedene Unternehmertypen und das ist von daher einfach spannend, wo er einfach sagt, ja, aber genau für die ist es dann eben auch interessant, sich dann auch in ihren Kompetenzen zu ergänzen, dass wenn du dir Leute in dein Team holst oder wenn du dir Leute in deine Führungstruppe auch mitholst, dass die eben halt nach Möglichkeit eben andere Kompetenzen ergänzen, anstatt dass du die jetzt irgendwie drei Führertypen zum Beispiel reinbringst. Naja, du hast da ja das klassische Modell von Dr. Peter Kruse, den Creator, den Broker und den Creator, den, war das nochmal, Creator, Broker und ähm weißt du es noch, Jan Marco, das waren drei, Creator, ne, tut mir leid, Broker und Owner die drei. Ah, genau, ja, und Owner, genau, ja, ja. Creator ist der Kreative, Broker ist der weiß, wer es weiß und der Owner ist der mit dem Fachwissen. Wenn du die drei zusammen eine Runde schmeißt, wird das perfekt. Genau. Könnt ihr auch nachgucken, Dr. Peter Kruse, ein großartiger Mensch, erklärt dieses Referenzmodell mal, wie man also Teams richtig aufbaut. Immer einen Creator, immer einen Broker und immer einen Owner zusammenpackt. Ja, voll. Und so ein bisschen ähnlich ist das Modell jetzt, das er da vorgestellt hat, auch, aber da heißen die natürlich irgendwie wieder anders. Also da heißen die dann irgendwie Blaze und Dingens und Kirchen und irgendwas anderes noch. Und das ist aber ganz spannend, weil dann natürlich dann auch da eben immer Beispiele genannt werden. Also das ist einfach verschiedene Prominente und in welcher Gruppe die eben halt gehört haben und das kann man eben mal zum Online-Test eben für sich auch rausfinden. Und ich hatte, glaube ich, auch mal irgendeinen Persönlichkeitstest, der ziemlich komplex war, hatte ich, glaube ich, auch mal bei mir auf meiner Facebook-Seite gepostet, könnte ich eventuell auch sonst nochmal raussuchen. Das ist ganz spannend, der ist auch patentiert, aber man kann diesen Test, kann man kostenfrei machen. Also man darf das irgendwie nicht lernen. Das ist aber nicht dieses Insights, ne? Doch, ich glaube, es ist Insights, ja. Ja, das ist super, habe ich schon mal gemacht. Ist relativ teuer, 150 Euro, glaube ich. Habe ich schon mal gemacht, das Ding und ist echt interessant. Wobei, dann kann ich aber auch dein Buch empfehlen, was du empfohlen hast, Stärken, Stärken von... Ja. Stärken, Stärken von Alexander Christiani. Das hast du mir damals empfohlen, ich habe es mir sofort gekauft, komplett durchgearbeitet schon und es ist der Mega-Hammer. Das war ein super Tipp von dir damals. Das hat mir sehr geholfen bei der persönlichen Weiterentwicklung. großartig. Ich glaube, dass man so gucken, wo liegen überhaupt meine Stärken, wo kann ich punkten und das dann ausbauen. Genau. Und ich hatte selber gedacht, ich wäre ein Typ, ja? Und nachher stellt sich raus, ich bin, ich dachte immer, ich wäre der Typ, aber ich bin der Typ überhaupt nicht. Ja, genau. Genau. Das ist so krass, zwischen eigenem Bild und Selbstbild und jeder andere hat mich immer anders beschrieben und er hat festgestellt, stimmt, ich bin eigentlich der andere. Ich wäre nur gerne der andere, weißt du? Also das war die Kanzlerin. Wie bei uns beiden, da bist du ja auch der andere Typ. Ich bin ja der eine und du bist der andere halt. Genau, ich bin der eine und du bist der andere, genau. Richie ist noch ein ganz anderer wieder. Ganz anderer. Ganz anderer. Aber ich glaube, deswegen funktioniert es halt auch so gut, ja? Dass wir da einfach ganz verschiedene Typen. Aber das war mir lange nicht so bewusst beziehungsweise ich habe es dann auch nicht so in der Konsequenz durchgetestet, dass ich halt einfach gesagt habe, ey, es geht hier um Business. Es geht nicht irgendwie, dass wir zusammen einfach nur nett zusammensitzen können und Bier trinken. Oder auch in der Beziehung gelten da für mich dann auch ganz andere Regeln. Also nicht nur für mich, sondern auch in meiner Wahrnehmung grundsätzlich einfach ganz andere Regeln. Aber im Business geht es dann tatsächlich überraschenderweise auch mal um Business. Das heißt, du musst da eben auch eine Firma an den Start bringen, die dann irgendwann tatsächlich überraschenderweise auch letzten Endes Geld verdient, die eine gewisse Produktivität zustande bringt. Und da ist es einfach sehr, sehr hilfreich, wenn du wirklich dann auch mal so Tests eben dann anwendest und wirklich guckst, dass du Leute aus unterschiedlichen Bereichen eben halt reinbringst. Oder auch Leute, die sich für bestimmte Jobs einfach viel, viel besser eignen als andere. Und es gibt Leute, selbst wenn die sagen, ja, ich kann das gut, aber vielleicht nur auf der Suche nach einem Job sind und sich dann aber ewig durchquälen. Und andere, die sind von Natur aus einfach schon für Buchhaltung zum Beispiel geschaffen. Die gehen da total drin auf, weil die sagen, da habe ich alles in Kontrolle, das ist alles messbar, das ist alles in Zahlen. Finde ich total super. Und dann ist es natürlich viel, viel effektiver und hilfreicher für dich, wenn du solche Leute dann zum Beispiel in so eine Rolle reinsetzt und dann nicht irgendwie einen Kreativen dann andauernd versuchst dazu zu peitschen, dass er eben halt noch eine ordentliche Buchhaltung nebenbei macht. Richtig. Ich habe früher immer unterschieden in Verkäufer und Techniker. Das ist ja früher meine grobe Unterscheidung. Ist das ein Verkäufer oder ist das ein Techniker? Oder ist das ein Kaufmann oder ist das ein Künstler? Genau. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenthema und da können wir wirklich keine ganz, es gibt einige solle Bücher, zum Beispiel Tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Oder Tu, was du liebst und verlangst Geld dafür. Die beiden Bücher sind großartig. Und halt dein Buch auch, was du mir empfohlen hast, Stärken, Stärken, das sind so die besten Bücher. Gut, ein Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Unser Thema heute ist Verschwörungen, Theorie und Praxis. So ist es. Und ich möchte noch mal einen kleinen Aspekt reinbringen, der mir sehr geholfen hat. Ich war immer auf der Suche nach anderen Lebensmodellen, anderen Lebenswahrheiten, anderen Referenzmodellen und habe dann im Grunde so ein bisschen zu diesen Theorien gefunden. Ich habe gesagt, okay, Geopolitik hat mich immer schon interessiert. Ich hatte früher auch eine Geschichts-AG und so, also ich bin sehr geopolitisch interessiert. und da habe ich natürlich nochmal eine Riesenmenge an neuen Wegen bekommen, die man vielleicht sonst in der Schule nicht beigebracht bekommen hat. Und da so ein bisschen zu dem Thema gekommen. Was ich aber ganz interessant finde, ist, ist eigentlich immer, dass eine Verschwörung immer mit einem Zweifel beginnt. Man streut einen Zweifel. Bist du dir wirklich sicher, dass es so war? Und damit leitet man eine Verschwörung ein. Und das hat mir nochmal sehr geholfen, das war häufig so, dass ich dann gemerkt habe, ah, wenn ich mit dem Mittel des Zweifels arbeite, kann ich eigentlich aus fast allem eine Verschwörung machen. Und das hat mir manchmal sehr geholfen. Ja, in beide Richtungen, das ist ganz spannend. Also du kannst zum einen halt eben auch eine Verschwörung wie nennen wir sie jetzt, ist ja dann keine Theorie, aber eine Verschwörungsdarlegung oder Offenlegung auch wieder in Frage stellen, indem du da wieder sagst, ja, bist du dir wirklich sicher? Kannst du denn das wirklich belegen? Und dann wird es eben halt wieder zu irgendeiner Theorie, wird für uns, aber du kannst natürlich auch jeden Tatbestand und gerade heutzutage wunderbar zu einer Verschwörung machen oder hinterfragen, weil wir ja das meiste auch heutzutage gar nicht mehr so genau wissen. Und ich glaube, wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wir so hochgradig auf Fremdinformationen angewiesen sind wie jemals zuvor. Ja, aber ja, Marco, mir ist das da aufgefallen bei meinen Lebenswirklichkeiten zum Beispiel. Ich habe immer gedacht, ja, Frühstück isst man mit Speck und mit Orangensaft. Ah. So, macht man halt so. Man macht morgens, isst man sein Speck. Das stimmt. Und sein Orangensaft. Das ist so das Bild, was so medial erzeugt wird. So. Jetzt habe ich durch Zufall, weil ich ein großer Fan von O'Leary bin, das ist so der Erfinder der Werbetexte, dass der mal beauftragt worden ist in den 50er Jahren von der Fleischindustrie. Die wollten mehr Speck verkaufen. Dann ist er nach Hollywood und hat den Leuten dafür Geld bezahlt, dass sie an ihren Filmen am Frühstückstisch Speck und Orangensaft getrunken haben und Speck gegessen haben. Und so entstand das Bild, die Menschen müssen morgens Speck und Orangensaft essen. Ja, das ist total geil. Oder Rasierer, hat auch Gillette dann groß unterstützt. Gillette hat Rasierklingen hergestellt und da haben sie gesagt, gut, wir brauchen einen größeren Markt, lassen wir die Frauen, müssen sich ab jetzt auch rasieren und die Männer auch im Intimbereich und damit erhöhen wir nochmal die Menge der Rasierklingen. Was ja auch super funktioniert hat bis zum heutigen Tag. Aber deswegen bin ich halt extrem vorsichtig mit Lebenswirklichkeiten, hinterfrage sehr viele Dinge und als ich das zum Beispiel gemerkt habe, habe ich gesagt, okay, hoppla, die ganze Speckindustrie hat sich überlegt, okay, wie können wir mehr Speck verkaufen? Ja, aber genau so ist es halt zum Beispiel, wir haben ja in der letzten Folge über Gesundheit und so weiter und so fort gesprochen und genau so ist diese gefälschte Studie, die mittlerweile auch als Fälschung offengelegt wurde, dass Fett so unglaublich ungesund ist. Richtig. Das ist damals finanziert worden von der Margarin-Industrie, weil die halt einfach das darstellen wollten, primär hier unsere leichten Fette und unsere pflanzlichen Fette sind gesünder als Butter und damit kam das in der Hauptsache eben halt zustande und dann musst du nur noch jemanden finden, der für Geld halt vehement genug diese Meinung vertritt oder irgendwie unterlegen kann. Und so kommen dann so Sachen und plötzlich haben die ganzen Amis dann angefangen irgendwie Fett-Free, Fett-Free, Fett-Free und heute wissen wir, dass das größte Problem genau das ist von denen, weil du hast zwei großartige Träger. Genau. In Nahrungsmitteln. Das ist Fett. Fett und? Weiß ich nicht. Wasser. Nee. Nee, sag mal. Nein, natürlich dieser starke Mann, der die Coca-Cola immer reinschleppt. Nein, Quatsch. Das ist auch ein guter. Oder der Stahlträger zum Beispiel ist auch ein guter Träger. Nein. Ja. Spaß bei... Oder wenn ich die Einkäufe von meiner alten Nachbarin über die Straße trage, dann bin ich auch ein Träger. Ja, klar. Ja. Und nicht zu vergessene Hosenträger. Und was reimt sich auf Träger? Nein, natürlich ist der zweite großartige Träger für Geschmack und in Lebensmitteln ist Zucker. Weil du Zucker halt eben auch gut andicken kannst. Das heißt, in allen Fett-Free-Produkten und sonst was wurde dementsprechend sofort als erstes mehr Zucker reingemacht, weil du wolltest ja trotzdem ein starkes Geschmackserlebnis haben. Das konntest du aber nur hinkriegen, indem du halt das, was das Fett nicht mehr getragen hat, durch Zucker ergänzt hast. Und deswegen hast du natürlich noch viel mehr Fettleibigkeit erzeugt, als die sich das jemals in ihren wildesten Träumen vorher vorstellen konnte. Aha, weil Zucker oder Fett als Träger dienen. Genau. Weil das kannst du wohl beides eben halt auch zum Teil eben andecken. Und das ist natürlich, wie wir auch in der letzten Sendung halt so ein bisschen angedeutet haben, sind eben natürlich auch Geschmacksverstärker. Und die brauchst du natürlich, wenn nämlich jemand mal daran gewöhnt ist, dass er eigentlich immer ein geschmacksverstärktes Essen zu sich nimmt, kannst du ja nicht plötzlich das Morgen einfach weglassen. Und dann sagt er, das schmeckt doch nicht. Du kannst dich umgewöhnen. Ich habe das gemacht. Ich genieße mittlerweile einfach auch ganz viele so Rohkost oder Sachen, die einfach überhaupt gar nicht, die nicht gewürzt sind. Ich esse Butter am Stück. Zum Beispiel auch, ja. Also an besonders schönen Tagen reibe ich mich auch einfach mal mit ein und so. Und das ist echt toll, weil dann entwickelst du auch so eine gesunde Ranzigkeit über den Tag. Ja, ist manchmal so ein bisschen säuerlich. Heißt du, hast du mal wieder Butterbad genommen? Ja, ja, ja. Genau, großartig. Ja, Marco, der Ritchie aus der Regie, der winkt gerade nochmal. Wir müssen deinen Song spielen, wollte ich die ganze Zeit schon sagen, ja. Ich würde mir gerne einen Song wünschen und zwar von Bushido featuring Joker Theorie und Praxis. Heißt das Lied. Das ist großartig. Haben wir deinen anderen Song eigentlich schon gespielt? Nee, den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr, okay. Lass das kein Bock mehr. Ja, ja, das ist richtig. Nicht beleidig. Also jetzt haben wir von Bushido featuring Joker Theorie und Praxis. Ab dafür. So, ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Unser Thema heute Verschwörung in Theorie und Praxis. Ja, und wir kommen so langsam, wenn ich auf die Uhr schaue und den Ritchie. Schon Richtung Ende. Wenn Ritchie tief in seine blauen Augen schaue, dann sehe ich, dass wir schon bald wieder oder schon im dritten Teil unserer Sendung gekommen sind oder im vierten schon. So ist es. So ist es. So ist es. Also ich kürze es an dieser Stelle, damit ich nicht wieder in diese Hektik komme wie letzte Sendung. Marc, ich habe euch noch jede Menge tolle Sachen zum Thema verlinkt. Ja, also unterschiedlichen Perspektiven. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht mehr so erläutern, aber auch tatsächlich, dass es halt nicht so richtig alles mit rechten Dingen zugeht, was wir am Anfang der Sendung kurz besprochen haben, hat unter anderem ja auch nicht zuletzt Horst Seehofer, als er bei Pelzig zu Gast war, mal rausgekommen. Das ist großartig. Die, die gewählt wurden, dürfen nicht entscheiden. Genau. Und die, die entscheiden, wurden nicht gewählt. So ist es. Großartiger. Da habe ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich hätte er am nächsten Tag irgendwie Revolution losbrechen müssen. Naja, und das war okay für ihn, aber beim Bundespräsidenten ist ja genau das passiert. Als der Bundespräsident im Flugzeug saß und sagte, ja, wir verteidigen hier Ressourcenwege, ist er gelandet und hat sofort seine... Konnte seine Papiere abholen und seine Juker-Palme. Ja, genau. Ja, eben, also das ist auch sehr spannend, das habe ich euch nochmal verlinkt, also das Original-Interview-Teil habe ich euch nochmal reingepackt. Dann habe ich nochmal ein Lexikon zu Verschwörungstheorien, da habt ihr nochmal schön, hat auch unter anderem der Robert Enden-Wilson wieder dran mitgearbeitet, das ist eine schöne, einfach nochmal eine Zusammentragung, wenn euch das weiter interessiert. Dann habe ich einen sehr schönen Film, 23, nichts ist so, wie es scheint, ist ein deutscher Film, damals mit, glaube ich, August Diehl nennt er sich und da geht es eben auch darum, besonders spannend für mich damals gewesen, weil ich damals ja selbst noch so in dieser Nerd- und Computerprogrammierer-Hacker-Szene und sonst was unterwegs war, dass es genau um dieses Thema geht, also es geht, ich glaube, entweder direkt oder indirekt und dass ich um diesen Hacker, jetzt fällt der tatsächlich mir nicht ein, dass er unangenehm, Koch, Nee, ich weiß nicht, weil ich hab ein Bild, ich hab ein Bild. Ja, aber auf jeden Fall und der ist eben halt auch durch diese Untergrundszene in immer mehr so Verschwörungsintrigen und sowas eben halt dann reinverstrickt und das wird eben halt da eben halt aufgearbeitet. Wer noch mehr Spaß haben will an dem Thema, gibt es sehr, sehr, sehr highly recommended von mir die Mondverschwörung. Guckt euch einfach mal den Trailer an, da wisst ihr schon mal Bescheid. und zwar ist es quasi der zweite Teil, der erste, der ging eigentlich da drum, dass der Filmemacher, der wollte so ein bisschen das teilweise absurde Treiben hier in Deutschland aufdecken und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du als Filmemacher hingehst, dann wissen viele Leute, was ihnen vielleicht schon blüht oder vertrauen dir erstmal natürlich nicht. Wenn du sagst, da kommt wieder irgendjemand von der Presse und die wollen uns eh alle nur bloßstellen und so weiter und so fort. Also hat er einen Geniestreich, hat einen doch sehr voluminösen Amerikaner gefunden, der genügend Deutsch spricht und den hat er durchs Land reisen lassen und hat gesagt, hier, ich bin von Amerika, ich bin Dennis, glaube ich, heißt er. Ich glaube, er heißt auch Code, Wort Dennis oder Deckname Dennis, glaube ich, heißt der erste Film auch. Und der zieht halt durch Deutschland und zeigt so ein bisschen diese ganzen Obskuritäten. Und der wunderbare Effekt von dem Film war, dass sie während Deckname Dennis, haben sie dann entdeckt, dass es einfach noch viel, viel mehr absurden Kram hier in Deutschland gibt, den sie sich vor der Produktion dieses Films selber hatten, nicht so ganz ausmalen können. Kannst du mir ein Beispiel nennen dafür? Ach, ohne Ende. Also, es gibt zum Beispiel Leute, die vehement Verfechter sind, zum Beispiel von der Theorie der Hohlerde. Ja. Und die stellen das dann eben halt so dar, dass wir in Wirklichkeit natürlich nicht außen auf der Kugel leben, sondern wir leben in der Kugel, also in dieser Hohlerde. Und in der Mitte von dieser Hohlerde ist dann eben halt eine ganz kleine Sonne. Das ist ja klar, dass die Sonne nicht so groß sein kann, wie die ganzen verwirrten Wissenschaftler uns klar machen sollen, weil die ist ja in der Mitte. Aber natürlich, wenn das innen drin ist, dann wird natürlich die Wärme in dieser Kugel auch viel besser gehalten. Also es ist total logisch, dass es innen auf der Erde eben auch warm ist, weil ja eben die Sonne eben halt da in der Mitte ist und da drumherum kreist, dann eben halt irgendwie ein kleiner Mond. Und also es ist ganz, ganz herrlich. Also er hat dann wirklich auch ein Modell gebaut, da hat es richtig Mühe gegeben. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Aber das geht halt noch viel weiter. Also es gibt dann wirklich Leute, die machen Aufstellungsarbeiten mit verschiedenen Leuten, wo dann eben Theorien nach verfolgt werden. Also es gibt halt quasi von irgendeinem Kaiserreich oder Großkaiser, der über das Universum herrscht und der kann aber nicht mehr so über die Welt herrschen wie früher, weil durch die Chemtrails wird das immer mehr abgeschrottet. Deswegen ist der Einflussbereich nicht so. Und da ist eben halt das Nuklear-Imperium, das gegen diesen Kaiser eben ankämpft und für die Chemtrails zuständig. Es ist wirklich ganz, 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 ganz groß. Also wo ich mich echt auch, also da müssen Leute eine Kreativität mal an den Tag gelegt haben. Und dann sind sie irgendwann, glaube ich, Opfer ihrer eigenen Kreativität geworden und haben das dann irgendwann selbst geglaubt oder sind damit so erfolgreich. So, und das ist großartig, weil dieser Dennis, der reist eben halt dann da durch die verschiedenen Orte und schafft das auch, es irgendwie journalistisch da zu bieten. Also er stellt die Leute auch nicht bloß oder stellt es auch nicht in Frage, sondern er macht einfach mit. Der besucht die, der lässt sich die ganzen Storys zu erzählen. Und das nennt sich die Mondverschwörung. Es gibt auch ein paar kostenlose Outtakes. In YouTube findet ihr auf jeden Fall. Die wollte ich euch jetzt nicht alle einzeln raussuchen, aber ich finde, fast jeder Einzelne davon lohnt sich. Aber auch durchaus den Film. Könnt ihr, glaube ich, für sechs Euro oder sonst was, könnt ihr da direkt auf der Seite euch runterladen. Ich dachte sowas wie so Absurditäten, dachte ich gerade sowas wie, wenn ich am Lerbo-Automaten stehe, habe letztens ein Kumpel erzählt, am Lerbo-Automaten stehe, schiebt eine Flasche rein, kommt wieder zurück, Flasche defekt, Flasche kaputt. Aha. Dann repariere ich die Flasche wieder, packe sie wieder rein, er dreht sie, schiebt sie nach Rett und macht sie kaputt. Verstehst du? Ja, das ist ja großartig. Und dann machst du eine kaputte Flasche rein? Ich schiebe mir eine Flasche rein, ja? Das Gerät sagt mir Flasche kaputt. Ja. Dann nehme ich sie wieder raus, repariere sie mit der Hand, schiebe sie wieder rein und dann macht er sie kaputt. Weißt du? Nee. Wer macht sie kaputt? Die Maschine macht sie kaputt. Ja. Aber hat nur vorher gesagt, dass die Flasche kaputt ist. Ja, ja, klar. Das ist natürlich total geil. Ja, aber ich glaube, der Trick ist einfach, dass du eine kaputte Flasche reinmachst und dann ist sie wahrscheinlich ganz. Und dann ist aber das Pfandgeld alle und dann musst du sie trotzdem wieder miteinander nach Hause nehmen. Aber ist das nicht großartig? Ja, ist total großartig. Das Gerät sagt mir dann, die Flasche ist kaputt. Ja. Wird da reparieren. Ich repariere die, pack die rein und die Flasche in die Maschine macht sie kaputt. Aber das wird alles, glaube ich, noch viel, viel härter. Irgendwann kannst du wahrscheinlich auch dann irgendwie nur, wenn du die Gesichtskontrolle bestehst, irgendwie noch in Pfandflaschen wieder zurückgeben. In Pfandraum bedrehen. Den Pfandraum betreten, genau. Den Pfandraum betreten. Darf ich Sie bitte in unsere Pfandlaunch bitten? Was hätten Sie gerne zum Pfand zurückgeben? Einen kleinen Prosecco oder vielleicht auch ein Säckchen? Wir hatten einiges im Angebot. Oder auch für die Nichtalkoholiker haben wir natürlich Orangensaft. Oh, Orangensaft mit Mineralwasser. Ja. Ach, wunderbar. Ja, genau so ist das. So, und dann natürlich auch noch ganz, ganz highly recommended. Wenn euch das Thema immer noch nicht ruhig gelassen hat oder ja auch einfach mit Freude euch mit dem Thema befassen. Und dann muss ich die Kollegen aus Hamburg, Moxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg, muss ich einfach empfehlen. Weil das ist einfach... Der skeptische Podcast aus Hamburg. Genau. Hört sich auch gut an. Ja, ist auch wirklich gut. Ist wirklich gut. Sind, ich glaube, zwei Psychologen. Und die setzen sich aber wirklich sehr, sehr wissenschaftlich und wirklich mit viel, viel, viel Aufwand immer mit lauter Verschwörungstheorien und irgendwelchen Storys auseinander und arbeiten das eben so raus, ob das wirklich so sein konnte. Haben aber auch beide Spaß dran. Also lachen auch. Sind auch Männlein und Weiblein. Also sind auch ein Paar. Und sind dann quasi der Hoax-Master und die Hoax-Mistress oder so. Also ganz großartig. Ein Riesenfeuerwerk. Und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ja, das war all die Videos. Was hätte ich sonst noch auf dem Programm? Weil ich habe ja noch nicht genügend gequasselt. Achso, genau. Ich habe mir natürlich vor einigen Sendungen, glaube ich, hat mir der Florian nicht ganz einfach zu beantworten eine Frage gestellt. Wenn ich nur eine Information an ein Neugeborens Kind weitergeben könnte. Und das ist ja wirklich so was. Und da habe ich ja sehr, sehr gestrauchelt, weil ich da überhaupt nicht drauf vorbereitet werde. Daran seht ihr mal, bei uns ist wirklich auch alles echt. Da ist nichts geskriptet. Alles echt. Gefühlsecht. Und selbst das, was wir skripten, da halten wir uns einfach nicht dran. Also von daher ist wirklich alles gefühlsecht und schmacksecht. Und Ideen, die ihr liefert, die setzen wir auch in der Sendung nicht um. Farbneutral, genau. Und deswegen bin ich da ein bisschen straucheln geraten, wobei ich, glaube ich, auch ein paar gescheite Sachen schon zum Thema gesagt habe. Und ich habe jetzt noch mal länger damit schwanger gegangen und mir immer wieder überlegt, Mensch, was werden das? Und wenn ich das so zusammenfassen dürfte, dann würde ich tatsächlich mittlerweile sagen, liebe dich selbst und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder liebe dich und den Nächsten wie dich selbst. Aber das sind zwei Tipps. Ja, genau. Das ist halt die Gefahr. So, ich habe ja nur gesagt, Fragen stellen. Genau. Und du hast gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind ja gerade schon, dass wir zwei Sachen haben. Ja, das ist so ein Graufeld oder liebe dich und andere und im gleichen Maße. Ja, also habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht und da habe ich gesagt, das ist tatsächlich das Allerwichtigste in meinen Augen, weil dann findet Kommunikation statt und dann werden wahrscheinlich auch Fragen beantwortet und dann wird man sich auch generell im Leben gegenseitig auch unterstützen, weil mir ist aufgefallen, durch den lieben Richard David Precht, glaube ich. Kann aber jemand anders gewesen sein. Genau. Aber auf jeden Fall, dass wir, doch, 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 war Richard David Precht und der hat nochmal darauf hingewiesen, was ich auch sehr, sehr richtig finde, dass wir eine Zeitalter erreicht haben im Moment, wo in einem Ausmaße wir uns nur auf uns selber konzentrieren und unser eigenes Wohlergehen, wie es eigentlich noch nie in der Zeit der Geschichte war. Das kann ich jetzt nicht so prüfen. Und im Grunde, wir von einer Privilegien oder von einer Leistungsgesellschaft in eine Privilegien-Gesellschaft wächst dann gerade. Jaja, also der sagt ganz, ganz viele wertvolle Sachen. Und in diesem Zeitalter hast du keine Zeitalter. Das ist sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Herr Marco. Genau, und weil, also dass er das nochmal so vor Augen geführt hat, habe ich gesagt, es ist tatsächlich zwingend notwendig, dass wir wieder mehr miteinander und auch wieder mehr gucken, was ist so draußen los und wie geht es um andere. Und was auch immer hilft, ist ein Gespräch unter Freunden regelmäßig hören. Absolut. Ganz, ganz hoch. dabei. Ganz wichtige Empfehlung. Ganz wichtige Empfehlung. Da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen. Und damit ihr das regelmäßig weiter haben könnt, ihr könnt uns sehr, sehr gerne unterstützen. Und wie ihr uns unterstützt, erfahrt ihr am einfachsten, wenn ihr auf eurem Browser, da gibt es ja so eine Adressleiste und da gebt ihr eguf.li schrägstrich unterstützen mit ue ein und da kommt ihr direkt auf unsere Unterstützenseite, ansonsten findet ihr auch auf ein Gespräch unter freunden.de findet ihr natürlich auch die Unterstützenseite unter dem entsprechenden Link und da gibt es immer wieder Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, damit wir die Show noch besser machen können. Heißt, nur die Mutigen unterstützen uns. Das stimmt. Das stimmt. Naja, die Mutigen und die Ehrbaren. Oh. Die Mutigen und die Ehrbaren. Die Mutigen und die Ehrbaren unterstützen ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Das war unsere Sendung heute Verschwörungen in Theorie und Praxis in Gänze ausgerollt und Jan, Marco, wie wird denn unsere nächste Folge heißen? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, die ich tatsächlich beantworten kann und zwar heißt die, nun wirst du endlich richtige Entscheidungen treffen. Triff endlich die richtigen Entscheidungen. Ne, das stimmt nicht. Ich habe es mal wieder umbenannt. Das tut mir sehr, sehr leid. Hast du das mit meinem Management abgesprochen? Ja. Ja, das habe ich ja, aber mein Management hat gesagt, das heißt, triff endlich die richtigen Entscheidungen, heißt die Folge. Und wie hat dein Management gesagt? Wie soll die von dieser Folge heißen? Die heißt, nun wirst du endlich richtige Entscheidungen treffen und das haben sie damit begründet. Die haben gesagt, damit hast du so eine direkte, also erstens mal, haben wir uns da von diesem Mann so ein bisschen verabschiedet, werden wir uns nicht komplett, weil die Folge 25, die wird ja wieder ein Mann in der Folge haben und haben gesagt, Mensch, wenn du jetzt du, dann ist es so eine direkte, weißt du, so ein, wir nennen das, glaube ich, im NLP pointen. Das heißt, jemand wird so direkt angesprochen oder es wird auf ihn gezeigt. Ja, und Mann ist ja wieder sehr, sehr generalisiert und Mann interessiert uns ja überhaupt nicht. Aber wenn jemand sagt, triff du endlich die Entscheidung und denkst, oh, irgendwie hat das was mit mir zu tun. Vielleicht sollte ich da zumindest mal anhören, auch wenn ich mich komplett gegen entscheide. Schön. Abonniert uns, nehmt uns mit auf eure Fahrt morgens ins Büro. Die meisten Leute hören uns ja, wir hören unseren Podcast, laden sich den runter, downloaden sich den quasi zu Hause und hören ihn dann auf der Fahrt zur Arbeit, von der Arbeit oder weg von der Arbeit oder auf dem Weg im Urlaub. Oder beim Bügeln. Oder beim Bügeln oder auch, wir haben es auch den ersten gehabt, der uns beim Duschen hört. Großartig. Das war ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Und wir werden natürlich im Nachgang, das werden wir jetzt nicht mehr aufnehmen, aber wir werden natürlich die Maschine auch wieder ganz, ganz sicher landen. Es werden alle gut in Tenerife ankommen und es wird einfach eine reichte Herrlichkeit uns erwarten. Und es werden die gebratenen Gänse in den Mund fliegen. Genau. Eiskalte Cocktails werden gereicht und die Wassertemperatur wird herrlich sein. In diesem Sinne. Großartig. In diesem Sinne, packt die Badehose ein. Das war ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Genau. Und bei uns sagt man Tschüss mit Öl. Es war mir ein Freundenfeuer. Jan, Marco, bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann möchtest du jetzt vielleicht die vorangegangenen Folgen nochmal hören oder keine Folge mehr verpassen. Da empfehlen wir dir, geh einfach auf ein-gespräch-unter-freunden.de Dort findest du alle Informationen und alle Folgen und natürlich auch Infos, wie du diesen Podcast abonnieren kannst. Damit du es noch einfacher hast, haben wir dir jetzt einen Linkshorten eingerichtet, wie das so schön heißt. Und da findest du unter eguf.li, da steht für ein Gespräch unter Freunden-Link, also eguf.li-web, findest du die Webseite oder wenn du in deinen Browser eingibst, eguf.li-abo, dann kommst du direkt auf die Seite mit den Abo-Informationen. Wenn du uns zusätzlich auch noch unterstützen möchtest, dann komm doch auf Facebook, dort haben wir auch ein Gespräch-unter-Freunden-Seite und wenn du uns ein bisschen hilfst, diesen Podcast bekannter zu machen, sind wir dir super, super dankbar. Also, wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Dein Florian und dein Jan Marco und dein Jan Marco und dein Jan Marco und dein Jan Marco